Das ist der Moment, wenn München Monaco einfach mal bei Weitem übertrifft. Ein Milliardär ist hier zu Besuch mit vier Fahrzeugen, ein Bugatti Chiron Sport, ein Bugatti Chiron. Und hier vorne geht es weiter mit einem Pagani Huera BC und einem Pagani Imola, der leider schon wieder abgedeckt wird. Untertitelung des ZDF, 2020